Willkommen zur nächsten Folge. Boah. Okay. Wir hatten einen holperischen Start, aber jetzt sind wir komplett wieder Fokus. Okay, schöne Karre. Rein da. So, wir lüften mal ein wenig. Was haben wir denn hier? Wasser. Wasser ist sehr gut. Was ist hier? Noch mehr Wasser. Okay, gar nicht so broken, das Ding. Okay, zweimal Wasser. Vielleicht nicht so optimal. Wasser und Gas. Ey, guys, guck mal, wir haben Gas. Na gut, wir nehmen einfach das mal mit. Nehmen wir das mit, das vielleicht noch ganz wirft. Rein da. Was ist das hier? Öl. Öl. Ist das ein guter Start, Chat? Kann man noch machen, oder? Oh, sorry. Was tankt die Karosserie? Also, was möchte der? Hallo? Mann, ich hatte noch nie ein Auto. Wir kriegen das hin mit Liebe und Leidenschaft. Aber sag mal an, kann man herausfinden, was das Auto tanken möchte? Oder bin ich da aufgeschmissen? Hallo? Komisches Auto. Stöpsel? Stöpsel? In der Regel startet das erste Auto mit etwas Sprit, damit man sieht, was man braucht. Ah, ja. So, wie sieht man das jetzt? Also, ich habe sehr viel Rauch. Komm, wir fahren erst mal hier zur Straße. Toll, die Straße war genau bei uns. Na gut, wir nehmen erst mal alles mit. Einmal das. Nehmen wir Wasser für das Trinken. Das nehmen wir mit. Was ist hier noch? Geh weg. Alkohol, sehr gut. Diesel. Diesel ist vielleicht noch wichtig. Das ist noch wichtig. Öl schadet nicht. Nehmen wir auch mit. Ja, und Gas. Gas ist wahrscheinlich eine Rarität. Auch das. Ansonsten gehen wir hier hoch. Äh, Schlau-Riel. Da ist das. Komm, komm. Let's go. Haben wir alles, oder? All white. Geh weg. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Geh da rein. Passt so. Sollte, sollte passen. Woppa. Passt. Eins brauchen wir noch und dann ist es doch alles top, oder? Also jetzt ist doch alles legitim, oder? Also jetzt kommen wir doch voran. Also ich weiß jetzt nicht, was, was vielleicht, äh, schlecht laufen sollte in der Sachlage hier. Weil wir sind jetzt ganz flink unterwegs. Ja, scheißen muss ich auch noch nicht. Boah. Rein hart. Okay. Lass uns starten. Go. Handbremse. Handbremsi. Oh. Stopp, 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 stopp. Geh rein, geh rein, geh rein. Ja. Ja. Oh, come on, Alter. Wie amazing. Also ich kann mich jetzt in der Hinsicht nicht beschweren. Also ich bin in einem rostigen Fach gefangen. Und, ähm, nee, ist alles, ich find das grad schillig, Mann. So. Oh, oh, zu schnell, zu schnell, aber alles schillig. Haus. Kein Haus. Ey, Fass, du bist wirklich gar nicht anhänglich. Nee, weit und breit kein Haus. Oh, 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 oh. Nein, nein, stopp. Was kannst du eigentlich? Ah, okay. Wir machen mal eine Abkürzung. Immer noch kein Haus. Wo ist denn die Straße? Haha. Da ist sie, guck mal hier. Ähm, was bin ich tuend? Oh mein Gott, holy shit, warte. Okay, da ist alles clean. Oh, guck mal, da ist ein Stand. Gibt's da auch Loot? Ich weiß es nicht. Oh, da ist gar nichts, oder? Nein. Hallo? Wir gucken einfach mal. So, eingeparkt. Wir brauchen alles, was wir bekommen können. Da muss doch was. Garantiert drauf sein, oder? Ja, guck mal, wie wirft. Holy shit. Hä, wie geil. Geil, 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 geil. Siehst du, Shad? Wir müssen jetzt eben mal looten gehen. Auch wenn es vielleicht nicht den Anschein macht. Ich habe meine Haube zerstört. Wartet. So, du gehst natürlich auch da rein, Mann. Wehre dich nicht. Du musst. Ja, let's go. Guck mal. Wichtig. So, Straße. Kein Haus. Aber dafür das Leben. Das Leben zieht an uns vorbei. Wir sind ein lebender Mann. Wir leben das Leben. Wir suchen unsere Mama. Aber haben immer noch nichts zum Looten. Stein. Unser Tank wird auch ziemlich leer gerade. Pst. Drücke mal C beim Fahren. Yo. Das ist, das ist ja krank. Bitte, bitte, bitte. Nein, stopp. Ach, bitte. Saved. Da ist ein Haus. Das ist ein Stein. Tja. Haff. Naja, wo denn? Ich möchte einfach nur ein Haus, Mann. Einfach nur ein schnickles Haus. Da könnten wir vielleicht nochmal schauen. Guck mal da. Eine fliegende Aussichtsplattform. Au. Warum? Moin. Hallo, Bödenmixer. Du gehst jetzt da rein, Mann. Das ist, äh. Scheiße. Reiner. Und willkommen, neuer Reifen. Du hast wirklich viel. Geh, Handa. Handa jetzt. Geil. Ne, sehr gut. Wie ich immer sage. Gäbe es einen leichten Weg, dann nehme immer den schwierigsten. Weil nur beim schwierigsten Weg lernt man das meiste aus seinem Leben. Aus dem Weg, den man geht. Amen. Holy Sheesh. So, komm, 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 bitte. Wir müssen doch irgendwann mal alles zusammen haben für... Bringt aber nichts, wenn man das Grundprinzip nicht versteht. Ne, das Grundprinzip ist sammeln, tanken und fahren, oder? Haha. Oder mache ich jetzt was falsch? Nur weiß ich halt nicht, was ich tanken muss. Das ist ja halt so ein bisschen fatal. Deswegen nehme ich erstmal alles mit. Geh mal runter, du grandiose Person. Ich brauche nur ein Haus und dann bin ich im In-The-Game. Checkt ihr? Dann kann mich... Dann kann mich... Dann kann mich keiner aufhalten. Warte mal. Lass mir noch einen Trial. Und bete bitte, dass ich wirklich alles habe, was ich brauche. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Mach's gut, wa? Wie kann ich dich auftanken? Schluck, 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 schluck. Schluck, schluck, schluck. Schluck, 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 schluck. Schluck, schluck, schluck. Als ob es hier keine Öffnung gäbe. Warte mal. Das ist ja wirklich Öl. Guck mal, ich habe gescheckt. Öl. Öl ist Öl. Ähm, ah, ich checke. Och man, guck mal. Gas. Oh, oh, hell. Oh, Hölle, ja. Wie ein Weltmeister. Öltank voll. Jetzt müsste es doch hier auch voll sein, oder? Ne, das... Zockerball, kannst du mir das erklären? Das ist doch jetzt Öltank. Ich habe 100% Öl getankt. Es ist voll, aber springt nicht an. Ja, Öl ist für Schmierung. Wie im echten Leben. Du brauchst den Fuel-Tank. Ach so. Ach, ich checke. Oh. Wo bist du? Du, du Miststück. Wo bist du, Tank? Weil beim anderen Auto hat man es ja gleich gesehen. Bei dem ist es ein bisschen cursed. Ah. Oh, guck mal. Ey, aber sowas von versteckt. Hier, Gas. Für Gas. Ist das die Erklärung? Gas für Gas? Warte mal. Gas für Gas. Warte, 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 warte. Gas für Gas. Oh, ja, oder? Das ist es. Gas für Gas. Ich kann nicht mehr. Wie einleuchtend. Wer tankt aber auch sein Auto bitte schon vorne? Ist ja ganz banal. Ja, top. Wusste nicht, dass das Wasser nach oben fließt. Rotate. 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 Let's go. Wo ist unser Schlauch? Ist gerade so bei uns. Checker. Bitte, 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 Gas. Bitte Gas. Mein Internet macht Auge. Genauso wie das Game. Willkommen zurück. So, gehen wir mal rein hier. Oh. Sorry. Bro, wie komme ich denn hier rein, Mann? Nee. Boah, guck mal, Loot. Oh. Kann ich nachladen? Warum kann ich nicht nachladen? What the hell? Ey, ich möchte... Ey, Bro, ich möchte nur Diesel. Weißt du? Ich möchte nur Diesel. Alles weitere möchte ich gar nicht. Öl. Öl. Öl-Tank. Ja, ja, du kommst. Krepier nicht am Husten, bitte. Öl. Ich könnte mir einen Öl-Tank einbauen, eigentlich. Oh, das sieht doch schnieke aus. Guck mal hier. Minion. Warte, warte. Guck mal, man kann sogar hier... Man kann sogar den, äh... Motor ausbauen. Bäh. Ja, ja. Ja. Und... 증st. Ja. Ja. I've got a beer here! Sure, number 2! Honorable mention! Number 1! Spiderman help! Oh, screwdriver, 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 screwdriver! Geh weg, piggyback, give back, Isaac! Ach, guck mal hier. Jetzt... So. Toll. Wirklich hervorragend, Mann. Ah. Ey, lass mich doch schießen. Komm, wir taken das hier. Wir bauen unser Motor jetzt aus. Wir nehmen jetzt einen anderen Motor, damit wir fahren können wieder. Sehr gut, sehr gut. Och, Mann. Warum schießt er meine Pistole jetzt nicht? Ach, deswegen. Okay. So, langsam komme ich rein, Geist. Mann, wie viel Leben hat denn der Typ? Fragezeichen. Holy shit, geht's dir gut? Bist du ein fucking Zombie oder was? Let's go, Mann. Wir haben hoffentlich jetzt mehr Sprit. Unser Motor ist hinten. Weg mit deinen Scheißfressen. So, guck mal. Sieht doch ganz sportlich aus. Und sogar sportlicher. Geil. Nein. Ich möchte ihn nicht trinken. Wenn du das meinst. Und dann fährst du die 1000 Kilometer. Naja, klar. Aber dass ich auch nie Beleuchtung habe. Jetzt ist da so ein fucking Killer Bunny. Ich glaube, die haben Minecraft gezockt oder so. Komm her. Hehehe. Hehehe. Er ist schon tot. Let's go. Leichenschönung. Yippie. Yippie. So, vorne. Ne, hinten. Nein. Ich wollte das auch nicht trinken. Minion. Ja, ich glaube, es füllt sich langsam. Oh mein Gott. Das wäre so hilarious. Das ganze Öl holen. Ja, Mann. Mach ich. Was ist das? Oh, das Radio muss mit. Öl ist mal wieder leer. Hat er wahrscheinlich alles versoffen, dieser komische Typ. Oh mein Gott. Ich hab Hunger. Es, 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 es. Oh, ich hab gekackt. Let's go. Oh, hier ist was. Öl. Geil. Kommen sie, kommen sie. Naja, klar. Oh mein Gott. Das ist Fortschritt. Alles tanken dann in die Karre, Paxen. Was? Paxen? Oh mein Gott. Du musst wirklich schreiben lernen. Man versteht dich ja gar nicht mehr. Ist das dein Markenzeichen? Ich miss Naktu Aschi. Geil. Drei. Warte, wir gucken. Haben wir den Stand gemerkt? Ich weiß es nicht. War das das? Na fucking Buddy. Ja, yippie. Ja, was? Naja, was? Das ist leer. Und das knallen wir noch rein. Oh, bitte, bitte, bitte. Das ist es. Das heißt ja Öltank. Also demzufolge müsstest du ja eigentlich auch Öl fahren, oder? Oder sehe ich das falsch? Öltank und Motor. Und Motor. True. Arschfick. 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 Hä? Was mache ich jetzt? Ach nee, alles gut. Benchizo. Ähm, ich sehe nichts. Wir warten, oder? Wird geklippt. Scheiße. Kann das sein, dass der Tank... Jetzt hapert es am Essen, ich sag's dir. Und du gehst mal irgendwie da rein. Okay. Wollen wir weiter? Was ist eigentlich da oben? Können wir... Kommen wir da hoch? Warte mal. Oh, guck mal hier. Hier, Pfeil fährt. Na, ich muss jetzt richtig drehen können. Warte mal. So, an die Wand ditschen. Oh mein Gott, guck mal hier. So, Wickeltechnik. Wickel. Jo, was... Hä? Ich fliege einfach. Ein fucking Fahrrad. Kann ich damit fahren? Warte mal, warte mal. Ey, hier kann man Fahrrad fahren. Das ist ein Motorrad. Ey, wollen wir das mitnehmen? Alter, warte mal. Wenn wir keinen Sprit mehr haben, nehmen wir einfach das Ding hier. Was braucht das? Schöne Räder. Öl. Na gut, ist alles jetzt da drin. Oh, können wir nicht mitnehmen, weil unsere Karre zu klein... Oder? Warte mal, warte mal. So, was brauchen wir denn hier alles? Guck mal, das ist der Motor. Ist aber auch Öltank. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich google jetzt. Ey, das kotzt jetzt an. Warte mal. Oh! Deine Fressen. Ja, ja. Wie, jetzt was? Ich hab nichts verstanden. Ah ja. Guck mal hier. Gas und Öl. Gas und Öl. Ja, fast. Ey, wir versuchen das jetzt. Ach. Wir müssen da jetzt hin. Nimm den Tank mit. True. Und dich nehm ich auch mit. Let's go. Den anderen... Welchen denn? Geh da rein jetzt. Scheiße. Wir brauchen erstmal was zu essen. Wir haben noch gar nicht hier, äh... Das hier durchgeguckt. SSS. SSSS. SSSS. Geil. Nehmen wir doch paar... Paar Wiener Würstchen mit. Noch wichtig. Dann nehmen wir das Brädel noch mit. Aha. Papa. Welchen denn? Den hier oder was? Oh, das... Ja, ja, ja. Den meintest du, oder? Geh mal weg da. What the fuck? Nervt nicht. Den anderen Öltank auch bocht? Welchen denn? War da noch ein Öltank, oder was? Alright, wir schauen. Hallihallo. Was bist du? Okay. Na lass uns mal schauen hier, was hier ist... 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 Öltank. Empty. Kackwurst. Wichtig. Öl. Empty. Reifen. Öl. Noch mehr Munition für eine Shotgun. Haben wir sonst alles, oder? Was ist das da hinten? Ein Pieper. Aber wozu eigentlich? Äh... Und das Radio nehme ich noch mit. Dann sind wir all good or no. Dann gehen wir da hinten noch hin. So, Aussichtsdingel. Oder? Keine Ahnung, ob es worth it. Wo ist denn das Radio? Hä? Radio. Was bist du eigentlich? Alkohol? Wozu brauchen wir Alkohol? Ich nehme Alkohol mit. Ich glaube, dass es auch wirft. Zum Saufen. Let's go. Wir machen einen drauf, wa? Yippie. Jetzt nur noch das Radio, bitte. Ich brauche ein bisschen Musik. Sonst bin ich nicht hip genug. So, Radio, 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 Radio. Oder war hier kein Radio? Gab es hier ein Radio? Ich glaube, oder? Was ist das? Oh, das Radio muss mit. Oh. Einfach kein Radio. Naja, komm, finden wir. Alles Halluzination. Ja, Mann. Was sind das für Sounds eigentlich? Ist das ja radioaktiv, oder was? Kack, 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 kack. Geil. Let's go. Also, noch haben wir Spritz, haha. So, gehen wir da hin. Geil, Mann. Jetzt geht's flunt. Jetzt geht's voran, oder? So. Oh, ein Fernglas. Okay. Ja, gut. Das war's jetzt aber auch. Alright. So, da geht's weiter. Alright. 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 Bitte, bitte ein Haus mit Sachen, die ich wirklich brauch. Komm, wir lassen einfach mal rollen. Es geht gerade bergab. Test, test, denn ich press, press. Boah, das ist gar... Bist du heimlich ein Rapper, oder was? Boah, ey, guck mal, Sonnenuntergang hinaus. Ich sehe einen Sonnenuntergang. Und einfach mal das Leben genießen. Wisst ihr, das ist der American Can Dream? Sag ich. Alright. Wir machen gut Meter. Ohne Sprit zu verballern. Hinterfragt man bitte nicht, warum mein Kennzeichen auf dem Kopf ist. Also, das hat alles eine Daseinsberechtigung. Sprit, wie sieht's? Was knistert denn hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. Okay. Lassen wir uns einfach mal treiben, oder? Einfach mal ganz entspannt. Also, fahren, Mann. Kein Haus in der Nähe. 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 Ich nähe, ich... Mähe, nähe. Mähe dich. Vollgas. Und reinlassen. Dann deine Off-Videos. Was meinst mit Off-Videos? Erklärbär. Achso, na gut. Häuschen, wir brauchen ganz, ganz dringend Gas. Ganzi, Mainzi. Hä? What the hell? Warum hat denn der jetzt wieder keinen Sprit? Hä? Hat wieder Strom? What the fuck? All right. Weiter geht's. Boah, guck mal wie cool. Turbo, 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 Turbo. Und rollen lassen. Haus, Haus, bitte. Ein Haus. Ein Häuschen. Ein Häuschen. Wohlgemerkt. Oh, da ganz hinten. Ich seh, ich seh was. Let's go. Da ist was, Shit. Ob wir bis dahin kommen? Das erfährt ihr nur, wenn ihr einen Like da lasst. Wow, 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 wow. Leider Gottes wirklich nur das da hinten. Was aber mal wieder nur ein kleines Haus ist. Oh. Na gut. Turbo. Bitte, bitte, bitte halt noch durch. Wir müssen doch zu unserer Stepmom. Richtig? Oh, bitte das Warnhaus und keine Hallinisation. Kalinisation. 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 Das Warnhaus, oder? Haha. Also. Also das Warnhaus. Haha. Oder? Oder? Boah, das ist so wichtig gerade. Ey, man kämpft ja wirklich ums Überleben. Wisst ihr das überhaupt eigentlich? Also, das ist ja nicht feierlich. Vielleicht sogar neues Auto. Oh. Auto-Action. Minion, what's popping, man? Darf ich mal kurz dir eine Kugel ins Häuschen schießen? Pew! Nein, du Pimmel. Ja, Mann. Das ist mein eigenes. Pew! Oh, weg, 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 weg. Nicht so gut, sagst du? Ich finde das perfekt. Oh, oh. Was? Was macht? Nee, nicht mit dem Schlauch. Oh mein Gott, was ist das? Geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Oh Gott, oh Gott. Pew! Oh Gott, geh weg. Pew! Let's go. So. Was ist denn das hier? Das ist doch eine schnieke Karre, oder? Das macht schon was her. Alright. Hier hat aber jemand ordentlich geschissen. Können wir hier auch irgendwie rein? Hallo? Oh, eine Schiebetür. Holy shit. Wie elegant. Oh, bitte Gas. Gas, bitte, bitte. Gas! Oh, hell ja. Wir haben Gas. Let's go, Leute. People happy. Aber wir nehmen sowas von die Karre hier. Die müssen wir aufmotzen. Bis zum Gehnehm, ja? Ich hasse meine Karre gerade. Oh, Essen. Oh. Sorry. Ey, es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr nichts seht. Aber es sind schwere Zeiten angebrochen. Wir sind fucking Apokalypse. Also, da muss man auch mal blind laufen. Einfach mal den Geruch nach. Hallo? Hallo? Ist das die gleiche Munition? Frage ich mich. Ich kacke erstmal. Das ist nicht die gleiche Munition. Welche Munition habe ich? Pew Pew Balls. Ne, nur für die Munition. Checker. Alright, was ist hier unten? Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Auch was zu trinken. Holy Shit, ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Ja, gut. Alles klar. Wir basteln jetzt ein wenig. Würde ich mal so stark annehmen. Achso. Man sollte, oder? Man sollte nicht, oder? Doch, man sollte. Oder? Ja, das ist jetzt fatal. Woppa. Geh raus da. Wopp. Woppi wopp da. So. Kriege ich das bitte? Oh. Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nicht. Let's go. Die kleine Kappi da noch rauf. Oh. Sneak into keys. Ne, das hat was. Das ist etwas schwerer. Schwerer in der Materie. Das nehme ich mal hinten. Ergonomie. Die ist das. Du weißt gar nicht. Ey, ich checke jetzt alles. Quack. Hast du verpasst jetzt? Ich habe vielleicht mir ein Tutorial reingezogen. Aber ich checke jetzt alles. Ja, ja. Doch, doch. Sonst so weit wäre ich doch gar nicht gekommen. Checkst du? Guck mal, ich habe ein neues Auto. Was wirklich ein wenig komisch aussieht. Hä? Wo ist mein Reifen? Fahre ich die ganze Zeit mit drei Reifen? Oh. Einkaufen. Auflag. Na ja, klar. No joke. Ich fahre gerade mit drei Reifen. Ich kann nicht mehr. Vielleicht hat der ja noch einen Reifen. Intus. So. Gehen wir raus. Let's go. Wie rum jetzt? Nachtschicht mäßig unterwegs. Ah, nee. Oder? Nee. Was haben wir jetzt eigentlich? Yo, Schinken. Let's go. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten hier? Boah. Auf Sneaky angelehnt. Die neue Karre. Äh. Nee. Diesmal wieder hinten einbauen. Alles klar. Oh. Oh. Jetzt. Boah. Wie geil. Was ist das eigentlich hier? Wie kann man das hier definieren? Ist das die Windschutzhaube hier? Nee. Vielleicht von vorne? Ja. Von vorne, oder? Ja, ja. Ja, tue. Klar doch. Schinken. Rein da. I. Ist das voll? Öl. Ja, das ist Prachtstück. Sehr wichtig. Wir haben Öl und auch Gas. Gemisch. Öl. 7, 4. Das könnte man mitnehmen. Dich nehmen wir mit. Nummer Schild begleitet uns. Stets und ständig. Flick. Boah. Kackwürste können da bleiben eigentlich. Oh. Sehr gut. Taka. Passt nicht, aber scheiß drauf. Tak. Boah. Bist du noch voll? Naja, ein bisschen so. Kann man vielleicht auch mal mitnehmen. So. Kriege ich das. Sehr gut. Alkohol. Das einzigste Alkoholzeug. Vielleicht auch mal wichtig. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Öl. 20 Liter. 3 Liter. Yippie. Machen wir dich auf. Öl. Okay. Piu. Wasser. Wasser. Auch sehr elegant. Nein. Oh. Alles top. Munition. Ja. Dazu sage ich nicht nein. Ansonsten dich. Raus. Raus. Was bist du? Diesel. Oh. 22 Liter. Diesel. 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 Hilarious. So. Das ist gut. So. Wie kriege ich dich da rein? Haha. Ja gut. Ansonsten. Essen. Auch gut. Wie sieht es aus? Oh. Frage. Ich muss essen. SSS. Was? Oh. Ne. Keine Ahnung man. Achso. Shotgun habe ich ja noch nicht. Rein da. Trinken. Dafür haben wir hier die Bottiche. What the hell? What the, what the, what the hell? Oh. Boah. Yippie. Das ist geil. Kann ich nicht. What? So. Haben wir jetzt alles. Ich glaube wir haben jetzt alles. Oder Guys? Haha. Naja gut. Äh. Das ist Wasser. 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 Wir tagten das Wasser. Hoffentlich trifft das. Oder so. Oh das trifft. Geil. Geil. 30 Liter einfach. Holy shit. Aber ich glaube so viel brauchen wir nicht. Aber. Aber. Kühlschrank geleert. Top. Was ist das? Was bist du? Licht. Oh mein Gott. Alle weg. Alle weg. Wir brauchen Licht. Licht kommt. Sorry. Aha. Da rein. Montieren. Mont. Monte. Tsch. Oh. Weg. So. Du musst es voll sein. Ja. Nichts verschwenden. Hier gibt es schon eine Dürre genug. Irgendwie habe ich das Gefühl das Wasser am wertvollsten ist. So. Also vom ähm. Von der Logik her. Oh. Aber scheinbar ist es Gas. Gas. So. Öl. Alkohol. Wasser. Gas und Öl. Ha. Ah. Eier. Eier. Ich glaube ich sollte das trennen. Kann das sein? Und. Hö. Yep. Wie trennt man denn das jetzt? Ich glaube einfach einfach gießen oder? Also somitest sollte eins leer gehen. Also immer so getrennt. Eier. Ah. Das Öl. Gut. Das. Können wir nicht trennen. Das ist fatal. So. Aha. Aha. Machen wir hier noch die Spritanzeige? Ja. Krieg ich, krieg ich, krieg ich. Brauch ich. Krieg ich das nicht? Oder was ist hier die Mission? Ne, krieg ich nicht. Oh. Öl. Wasser. Wait, what? Brauch ich? Warum hab ich denn so viel Hunger? Holy shit. Darf ich da? Wie, 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 wie? Wie trinke ich? Ah ja, scheiß drauf. Dann verdurste ich eben. What the fuck? So, guck mal hier. Unser schniekes neues Auto hier. Let's go. Let's go. Let's go. Noah, haben wir komischerweise keinen Reifen mehr. Ah, hier doch. Gar nicht gesehen. Was soll ich tun? Let's fucking go. Wir haben's. Ups. Nice. Schöne Karre. Danke, danke. Bam, Junge. Und damit will ich sagen, das wär's von dieser Folge. Lass gerne mal ein Like da. Und in der nächsten Folge fahren wir ins Horizont mit unserer Sneaker geile Karre. Wie man hier wunderprächtig sieht. Das ist doch ein Herzstück. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's. Und haut rein, oder? Bis tenne. Ah, tenne. Die ist sehr wichtig. Die muss mit. Mal gucken, ob das hier eingebaut werden könnte und so. Hier ist einfach ein Sarg. Okay. Sorry. Tschüss. Cheers. Cheers. Bis zum nächsten Mal.